Ein Ende der Einschränkungen fordern im Hinblick auf das Vorbild Österreich vor allem die Freiheitlichen. Parteiobmann Andreas Leiter-Reber sagt, wenn man nördlich des Brenners mit Anfang März zur Normalität zurückkehre, dann müsste das auch in Südtirol passieren. Auch wir in Südtirol müssen die Verantwortung über die eigene Gesundheit wieder zurück an die Bevölkerung geben und die Landesregierung hat jetzt die 3G-Regeln aufzuheben bzw. die Normalität gegenüber Rom einzufordern.